Herzlich Willkommen! Ich erkläre dir nun die Zinseszinsen. Das zugängliche Skript findest du wie gewohnt auf meiner Homepage. Betrachten wir folgendes Musterbeispiel. Auf einem Sparbuch liegen am 1. Jänner 2000 Euro. Der effektive Zinssatz beträgt 3% pro Jahr. Berechnen das Guthaben nach 1, 2, 3 bzw. 4 Jahren. Zu Beginn haben wir 2.000 Euro. Nach einem Jahr haben wir folgendes Guthaben. 2.000 altes Kapital plus die effektiven Zinsen. 2.000 mal 0,03. Und dann erhalten wir 2.060 Euro. Und jetzt kommt es zur Thematik Zinseszinsen. Im nächsten Jahr werden nicht die 2.000 Euro verzinst, sondern es wird das neue Kapital am Ende des ersten Jahres verzinst. Dadurch erhöhen sich die Zinsen von 60 Euro auf 61,8 Euro. Selbes Prozedere. Guthaben nach 2 Jahren ist 2.121,80 Euro. Auch im dritten Jahr wird das neue Kapital verzinst. 2.121,80 mal 0,03. Dadurch kommt man auf Zinsen von 63,65 Euro. Und auch im vierten Jahr funktioniert das analog. Was möchte ich dir sagen? Bei den Zinseszinsen verändern sich die Zinsen, da die Zinsen aus den Vorjahren immer mitverzinst werden. Betrachten wir noch einmal die Zinsen in den vier Jahren. Und hier sieht man, dass die Zinsen jährlich ansteigen. Beim Zinseszins werden auch die Zinsen aus den vergangenen Jahren mitverzinst. Versuchen wir nun eine allgemeine Formel zu erstellen. Startkapital K0, effektiver Zinssatz 5%. Dieser Zinssatz ist jetzt noch nicht allgemein, das machen wir später. Guthaben zu Beginn ist K0. Was passiert nach einem Jahr? K0, altes Guthaben. Plus Fünfhundertstel, also plus 0,05 mal K0. Das sind die effektiven Zinsen. Dann kann man K0 herausheben. Man erhält K0 mal 1 plus Fünfhundertstel. Und das ist ja nichts anderes als K0 mal 1,05. Was passiert im zweiten Jahr? Guthaben K1 mal 1,05. Das können wir wie im ersten Jahr herleiten. Ist unser neues Kapital. Und K1 ist ja nichts anderes als K0 mal 1,05. Und dann haben wir K0 mal 1,05 hoch 2. Und das geht jetzt analog so weiter. K2 ist nämlich K0 mal 1,05 hoch 2. Wiederum mal 1,05 und wir sind bereits bei K0 mal 1,05 hoch 3. Allgemein können wir sagen, Guthaben nach N Jahren ist K0 mal 1,05 hoch N. Möchte man eine allgemeine Formel auch mit dem effektiven Prozentsatz aufstellen, gilt Kn ist gleich K0 mal 1 plus effektiver Zinssatz durch 100 hoch N. Und Kn ist ja das Kapital nach N Jahren. Versuchen wir diese Thematik nur in Beispielen anzuwenden. Aufgabe 1. Kapital ist 8.000 Euro, effektiver Zinssatz 3%, Dauer 5 Jahre. Wir berechnen das Kapital nach 5 Jahren, also K5 mit 8.000 mal 1,03 hoch 5. und erhalten für das Kapital nach 5 Jahren den Wert 9.274,19 Euro. Aufgabe 2. Zweite Aufgabe, Kapital ist 700. Aufpassen, es ist jetzt nur der Zinssatz gegeben. Dauer 8 Jahre. Wir müssen zuerst den effektiven Zinssatz berechnen. 2,6 mal 0,75 und erhalten einen effektiven Zinssatz von 1,95%. Formel für das Kapital nach 8 Jahren 700 mal, ich schreibe jetzt diese Formel an, 1 plus 1,95 durch 100 hoch 8. Und das ist ja nichts anderes als 700 mal 1,0195 hoch 8. Für das Kapital nach 8 Jahren erhält man dann 816,95 Euro. Vielen Dank fürs Dabeisein, ich hoffe ich konnte dir diese Thematik verständlich erklären. Ich würde mich über deine Unterstützung freuen und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal.